Hören Sie, geben Sie mir einfach das Team, das ich haben will. Nennen Sie es von mir aus Ihr schwarze Liste-Team. So, schauen Sie aus! Der mit der Hohen, die Halbenschwester von Winnetou, praktisch. Schalalala, so sehen Sie aus, Schalalala, so sehen Sie aus, Schalalala, so sehen Sie aus. So, lauter Verlinkel, alles klar, ok? Ja. Kann ich sagen, dass da voll der Drogen draufkott ist, aber wir sind wieder schuldig. Wenn ein Wurstbrot drunter liegt schon. Ratzenfell im Grunde, Ratzenfell! Das war persönlich. Entschuldigung. Der hat übrigens ein zweites Job. Ich habe da gerade Kurser-Outer-Retwas. Da wird ein Körner aufgemacht, der verkäuft jetzt und verletzt. Ich bin bereit, sorry. Hat sich spezialisiert auf Bies am Ratzen. Schala, was ich so... Sie machen sich vom Acker und ich werde Ihren Arsch nicht mehr... Der bricht sich den Fels und er geht... Nein! Leck mich einfach nur! Schönes! Ja! Hast du das traf wenigstens? Ja. Nein, Schande, ja. Das ist schon gut. Das gerne, ja. Wir sind ja da schon, oder? Alles gut? Ja, ok. Freilich! Das ist Jahrhunderttauer! Jahrhundert-Pandemie, Jahrhunderttauer. Krass! Ja, alles gut. Jawohl, nach hinten gehen. Ja, ja. Das kann doch nicht mehr dauern. Scheißen! Topic, gell? Hast du das? Das habe ich drauf. Ober! Das war kein Zufall! Das war das zweite Mal schon, oder? Was ist da drinnen? Haben wir nicht umsonst gemacht, wie wir uns leider Schein gemacht. Tschöchen! Weiter! Jetzt ist es so weit. Und das schafft doch auch nicht. Nein, das schafft doch auch nicht so völlig. Das schafft ja auch ohne Alkohol. Wir kriegen noch drei Kaffee! Hamas! Es kommt ja schon, schau, wenn ich mich nicht kommt. Jetzt pass auf! Jetzt hamas, gell? Jetzt hamas! 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 Da hast du so einen Trümmel! Hamas! Ja! Also hab ich's! Ja, hab ich's! Ja, hab ich's! Ja, hab ich's! Hab ich's! Das hast du schon in die Kaffee rein getan! So, und jetzt machen wir es da und dann... Dann ist es jetzt fertig! Was die herstellen müssten, wären kugelsichere Kondome groß genug für deine weiche... Uuuuuhhhh! Mein Badneri! Was hast du schon in die Kaffee rein tun? Hör mal doch! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Was tut, Jungs? Gut? Sollen wir es auch, ja. Ja, das ist schon warm! Ja, das letzte Mal ist die Leute nicht so frei, okay? Jo! Wie geht der Gewinner? Hat er mit ihr zusammen gespielt? Ja, ja, genau! Geht's nämlich! Geht's, Junge aus! Ja! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ein, ein, ein... Mann, das ist jetzt auch zum Weinen! Oh, sauber, Tobi! Mach ich schon, wie ist das? Sehr schön, Tobi! Ja! 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 Und jetzt reinmachen! Rot-Weiß Mausdorf! Die... Auf jeden Fall! Ja! 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 Da stein dummer spielt! Die Einsteiger! Gnad oder lose! Ja! Ja! Ja, das war ich schön lange rum! Jetzt hab ich auf die Mitte nochmal! Das ist das gelassen! Ja, ja! Ja, ja! Das ist der nächste Punkt, der hier ist. Andere. Kannst du mal Rüeber selber hinten rein machen, gell? Sehr gut. Also jetzt kann ich mitgehen auf jeden Fall. Ja, super. Ja, ich schätze Leim. Ja, ich schätze Leim. Ja, ich schätze Leim. Ja, ich schätze, ich bin so. Ja. Ja. Micha, sollte die Videos privat antreten. Eieieieieieie. Ja. Halt an schon, Luther! Ich spreche zusammen voll rüber! Ja, 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 ja. Karamba, Zkassenfreie! Ja, genau. Arachoo & Whisky! Mande an derientsin ... Wie der Timo oder so, die in der Gruppe kommt halt irgendwie. Okay, dann mache ich es auch von daheim aus, wenn ich dann WLAN habe. Hast du die Einverstände Erklärung hier oben in der Beschreibung informiert? Wenn du Videos weitergibst, könnt ich es bitte sehen. Ist doch ein T-Shirt drauf, Jack & Jones. Ja, Jack & Jones, da steht es doch. Schriftlich. Warum ist das gemeißelnd auf das T-Shirt? Ja. Ja. Ach so. Weißt du, das ist ja auch Beton, da wächst kein Gras. Ah, so ein Sauber. Also glaub ich mir vorhin so gut gespielt. Stell dir mal vorhin, wir hätten noch konzentriert gespielt. Alter, freilich so. Jetzt habe ich es. Drei Lapschen drei habe ich jetzt geschafft. Drei Lapschen drei habe ich heute geschafft. Bälle stoppen, wenn einer von hinten Fesse springt. Hast du heute gut gemacht? Nein, hier. Kann haben wir eigentlich. Will aber nicht. Warte, geh zum Schaufen. Mach nur noch Geld. Mach nur noch Geld. Schau, hörst du mal schauen, wenn ein Jacky da steht. Ja, kannst du. Tobi mal fragen, um einen Jacky zu stellen. Ja, muss ich ja. Warte, guck mal mal. Au. Ja, 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 ja. Oh, der war jetzt gemein. Den war schon, ja. Der war schon einig. Der hat schon einig geschminkt. Säuber. Zauber 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 Schuss Zauber Zauber Hey, wie soll ich denn gestoppen? Ja, bleibt ja noch standen. Los, abstauben hier. Schau, das geht ja wieder. Ja, so weit es geht. So machen wir das immer nach hinten. Dann brauchen wir nicht immer den Deckel. Ja, ja. Gehen Sie mal an. Gehen Sie mal an. Gehen Sie mal an. Verrätst du jetzt? Halt doch mal an, verräts der Schlange. Da ist der Ort gar an, gell? Da ist der Ort gar an, gell? Oh, da geht es. Bei mir schädet die Ohren. Das war dann das Schnitzel. Götzeltausch. 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 Da hat er was gesagt. Götzeltausch. Genau. Wir spielen privat. Wir haben fünf zwei mehr in der Kneipe gespürzt. Aber mit dem 2G gespürzt. Ja, glücklich. Das hat natürlich auch schon verstanden. Ach, das ist mittig. Das ist unser Raum. Ah, okay. Okay, cool. Oh, das hat die Kämpfe. Oh! Oh! Oh, das ist so. Das hat so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Das ist so. Wir haben eine Kreisenbesitzung. Wir haben hier früher den Raumschall. Wir haben hier oben auch gekauft. So, wie jetzt wieder reanimiert worden ist. Super. Wenn hier einen Sitz war, der ist riesig. Da hat ein Klima drin, ein Sofa drin, das ist gar nicht mehr. Das war ja auch das Kind. Manchmal erzählen mir meine Kameraden nicht alles. Das war weg vom Schuss. Ich bin gebustet, du auch. Sooo, wie ist das schön. Ich habe einen Strom mit Spaß gemacht. Nicht dieses ganz Ernste. Das ist perfekt. Enges in Mischung. Man kann ja trainieren, man kann auch so etwas auch machen. Das ist anstrengend. Der, der besser werden will, kann auch auf Königshof gehen. Genau, ich kenne alle den Kindshof. Da macht es mir natürlich keinen Spaß mehr. Aber seid zu ernst. Genau. Ich bin wirklich dabei. Ja, ja, ja. Wird unterhalten. Und da habe ich gesagt... Hammers. Weil ich hatte ja nicht mehr Nachrichten gespielt bei ihm. Was sagst du mit dem? Hammers. Ich war der, der einfach planlos... Bist du bereit? Vor einem bis zum Anfang gegangen ist er noch zugeschaut. Jetzt bleib ich rein. Hammers. Ich werde dann unterhalten. Ich habe ihn ja kennengelernt. Und da habe ich gedacht, da war er drin. Ich sagte, nein. Einfach so. Weil ich kein Leib mehr komme. Genau. Hei, hei, hei. Ich war genau drei Bisch. Wir wusste nicht. 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 Und der ist von 2014. Ja, ja. Das ist ein geiles Gerät, ja. Und dann hat irgendwann mal in der WZ, wo er das Kicker-Doniert von Königshofen drin stand. Wo die da im Stand gemacht hat. Und weil die Königshofen können die Bruden doch mal. Hei, hei, hei. Da jetzt nicht, ne? Aber... Weil der Pfarrackfisch... ...2014 oder was auch immer. Na, der konnte ja nicht immer hinein hochfen. Aber wir können da hin und sind für den Pfarrer. Und das war für uns so, ey. Wir können ja einigermaßen nicht mehr so. Und seitdem ist das immer mehr und immer mehr und mehr. Ohne... Hell's back! JVD beieinander sind! Haben wir fünf oder sieben schon? Ja, Freie, wir holen jetzt gleich auf den Deckel auf! Also, was können wir schneiden jetzt dann irgendwann ein? Von der Freie an, dann nehmen wir gleich beim Klauster, ne? Ja, das ist super. Also, wir haben mittlerweile echt eine riesengroße Gruppe gefunden, wo man gehen kann. Und auch wenn du Leute hast, die nicht wirklich so verpflichtet drauf sind, jetzt ein Gewinner zu werden. Ja! Wirklich, wenn der im Urlaub ist und am Strand liegt, muss man echt aufpassen, dass nicht irgendwann die Geier über dem Kreis. Das ist eine schöne Frage! Wenn du die hast, die einfach noch gewinner wollen, die Kummer, dass sie gewinner wollen, und da geht der Spaß dazu verloren. Also, ich glaube, du hast Zeit mit dir, dass ich Spaß dran will. Ja, ja. Genau, weil das ich nicht noch... Oh, ist der gesunde... Gesunde Ehrgeiz! Au! Aber trotzdem sollte irgendwo noch sein, ne? Also, halt... Ab und zu der Leckermanne, ne? Ja, ja, ja. Ab und zu zu uns, ja. Mit dem habe ich eigentlich geschwinkt, aber... Okay, der kann... Der kann verlieren. Aber er ist schon sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Absolut. Ja, 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 ja. Wem es wollte ich? Genau, richtig. Kann man jetzt nicht mal... Oh, Leckner, Leckner! Du spielst keine Chance! Der spielt halt so lange, bis er auf der Tabelle vorne ist. Oh, nein! Kommt der Oberlaber auch noch! Oh! Oh! Genau! Genau, wie sieht's ganz aus? Kannst du Walze? Ja! Ach, ja! Aufwärts! Nein, genau! Nein, genau! Aber er weiß was, der Thomas kann auch noch nicht! Nein, halt! Er hasst die Yankees wie wir! Hurra! Gott ist nicht mit uns, er hasst Idioten wie dich!